Nova Street, bist du schon in der City? Ähm, was für City? Äh, Dingens, Tauch, Ding, ich vergesse ich den Heiß. Tanchito. Tanchito. Tanchito cojito? Ja. Tanchito cojones gigantos. Muchas maracas. Ähm, ich lauf zu irgendeinem Wasserturm grad, also. Oh, weißt du was ich gefunden hab? Was dann? Rate. Ein Bären. Es hat drei Buchstaben, ist groß und zottig. Und es rennt beten auf dieser vergammelten Straße rum. Ich sehne, ich sehne. Wunderbar. Seht ihr, seht ihr einen Wasserturm? Ähm, ich seh einen Telekommascht. Okay, Wasserturm. Ähm. Also ich bin immer noch auf der Nova Street, also. Okay, bei mir ist grad total nebelig, wow. Ja, bei mir auch. Bei mir auch, das ist wahrscheinlich, weil jetzt die Armee der Bären kommt. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist einfach weg. Wahrscheinlich ist er jetzt in der Kirche sein. Heiliger Bärengott anbete. Also ich bin jetzt kurz vor der Stadt. Ghhh, gib mir mehr Stärke. Muss die Feinde des Bären zerstören. Oh, Jan. Bist du aufm Weg? Äh, wo, 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 wo bist du überhaupt? Ah, Jan, hier. Ich bin jetzt direkt vor der Stadt. Ich bin jetzt direkt vor der Stadt. Jan, hier. Hinter dir. Ich bin, bin in dem Café gewesen. In dem Café. Hallo. Wo ist der Bär? Keine Ahnung. Der war weg. Ich bin am westlichen Ende der Stadt. Na gut, wir sind gleich auch da. Das ist irrelevant. Wo ist der Bär? Also, ich denk's. Ne, es ist. Müsste die Nova Street sind, ja? Doch. Warum sehen wir dich da net? Weil's neblig ist? Ne, aber wir müssten auf der Nova Street. Bist du schon an nem Gebäudekomplex? Äh, ne. Ich bin jetzt. Moment, hier ist doch ne. Also, ich bin auf der Nova Street. Hier steht jetzt Star Road. Äh. Doch, keine Nova Street? Ja, das ist der Hunter Drive, oder? Ah, die Star Road, da ist er schon abgebogen, irgendwie. Romeros ist hier. Irgendeine größere Lade. Ja, das ist dort oben. Das ist dort oben, dann. Ja. Ah ja, die Star Road. Ja, ja, dort bin ich dann schon. Ja, warte, wir kommen. Ja, Romeros finden wir. Ist ein grossi. Es sieht aus wie Sims. Ja, bist du denn auf nem Parkplatz? Ne, ich steh hinten dran. Hinten dran. Also. Ich kann aber auf den Parkplatz kommen. Ja, siehst du den Wasserturm noch? Weil ich seh den gar nicht. Ja, ich auch. Ja, 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 ja. Dann alle zum Wasserturm. Ähm, Tankstelle in deiner Nähe? Äh, ja. Ja, ich bin vor der Tankstelle. Ich bin jetzt auf der Straße, ich komm an ne Kreuzung. Ja, wir sind jetzt an der Tankstelle. Ja, da hinten seh ich jemanden renne. Willst du das? Ja. Ja. Ich hab nen Bogen auf dich gerichtet. Ja. Okay. Ich hab mein Taschenlamm auf dich gerichtet. Letzter Stock. Komm mal her, ich muss die Helmung mit nem Stock any verpassen, damit's ausgeglichen ist. Ne. Boap. Verpasst ihr mit nem Bogen any? Boah, das ist die Gamer. Oh, jetzt hören halt mal auf, Mann. Ich hör jetzt nur noch Knalle und Krache. Äh, weißt du, jetzt haben wir uns mal nochmal gefühlt. Jetzt war okay, scheiße. Kann's doch wohl nicht wahr sein. Wie scheiße was denn, damit der Bär's einfacher hat und sich nicht mehr reinzutöten? Oh Gott. Oh Gott. Oh, meine Seite tut weh schon, bevor wir nachhören. Oh, hab ich dich grad getroffen? Wen? Mich net. Okay, gut. Ich steh hinter Maus. Ich kann mich grad nimmer bewegen. Ich kann mich grad, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Eat Blackberries, eat Blackberries, eat Blackberries, eat Blackberries, eat Blackberries, eat Blackberries. Kommt ihr da mal raus, runter dann zu den Rodeos, Romeos? Ich bin noch am Looten. Ja, wo bist du dann? Hinne im Kapuff. Kapuff. Ah, hallo. Aber hier ist gar nix. Ja, dann lass mir das Romero, Romois, Romäus. 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 Ich bin schon drin. Und es sieht aus, als würd's einfach mächtig viel nichts geben. Ja, das war ja normal hier. Ich steh an der Metzgerei und beschwär mich mal, warum es hier Bärenfleisch gibt. Ey. Ey. Bärenfleisch. Ey. Hallo. Bedienung. 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 Die kommt nicht. Die hat der Bär schon zerfleischt. Wahrscheinlich kommt einfach gleich der Bär in den Bären raus. Wie kann ich ihm helfen? Und dann haut er mir in die Fresse. Bitte beehren sie uns bald wieder. 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 Bitte beehren sie bald wieder. Hier oben ist ne all Google Classes. Die kannst du mal anziehen. Komm mal nach oben in das Büro. Wer? Du kommst ja da in dem Kabinetts drinnen. Ah, ich krieg keine Classes. Dankeschön. Du hast doch eine an. Oh, tatsächlich. Ich hab nix gesagt. Die helfen gegen Bären. Hab ich gedacht. 200% Chance Bären anzulocken. Das kann's froh sein, dass es kein See-Rhenoceros war. Und was lockt die an? Der Angriff eines Seebären. Scheiße, es war schon bis gut. Die alte Folge waren einfach mittlerweile. Die neuere Folge sind eher so. Ekel-erregend. Hm, okay. Weiß net. Ähm, zwei Spieler? Zyreus. Okay. Ah ja, gut. Ich denk hier leb ich. Ich denk da kommt kein Bär hin. Ich glaub da war eine Kuh. Ja, ich glaub ich hab auch grad schon einen gehört. Man hört einen Bären. Es hat angefangen wie eine Kuh. Und dann hat sich langsam zu einer Art Bär entwickelt. Meine Energie ist jetzt auch gleich runter. Meine Energie ist schon runter. Also ich steh jetzt vorne vom Parkplatz. Boah, ich hab so wenig gelacht die letzten Tage. Das ist mein Zwerch, wer das hier grad kaum verkraften kann. Apropos Parkplatz, ich hab schöne Geschichte für euch. Dann hau raus. Würde ich mal von nem Bär flippen. Ne, besser. Äh, mein Opa und meine Oma hatten meine Cousine mit beim Inkafe. Also meine Cousine war zwei oder drei, also noch ganz ganz jung. Mhm. Und ja, sie waren beim Inkafe und Selina, also meine Cousine hat dann halt Banane bekommen, wo es dann essen dürfte und so weiter. Haben schon im Auto wieder gesessen. Also der Opa ist Gefahr. Die Oma hat sich hinne zu meiner Cousine gesetzt. Und, äh, die hat halt eher Banane gefuttert. Und der Opa fährt los. Und irgendwann sitzt meine Cousine hinne. Durst. 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 Irgendwann hat dann der Opa gesagt, Mensch, Elfriede, jetzt gibt der Meere doch nur was zu trinken. Dreht sich um. Oma war net da. Die ist nämlich ausgestiege, um die Bananenschale wegzuwerfen. Bär, ich habe Bär gefunden. Was? Der volle lafte Bär. Ja, weg da, weg da, weg da, weg da. Was mein Opa aber net mitbekommen hat. Und ist losgefahren. Oh. Spricht, meine Oma stand noch auf dem Parkplatz. Das ist bitter. Komm, wir töten wir. Ich habe Stock. Ja, komm, wir töten wir. Nee, Jungs, Leute. Ey, ernsthaft. Ein Bär. Ernsthaft. Ich erschieße nur, bevor er hier ist. Oh, ist echt schnell. Ey, wir hatten so vier Pfeile. Der hat vier Pfeile gefresst, ja? Ja, der hat echt vier. Das war gut, aber haben wir gut geschossen, muss ich sagen. So, was kann man hier noch machen? Und der ist echt scheiße schnell, das wehe. Du kommst ja beinahe beim Wegrennen schon. Ja, der war grad echt sau schnell, das stimmt. Ich habe Pickup-Lights gefunden und noch irgendwas, Bandage. Hier war anscheinend vor kurzem jemand und der wurde erschossen oder hat was fallen lassen. Da hat er einen Berg getroffen. Wahrscheinlich. Oder, äh, oder misch nervöserweise küsse ich vielleicht dieser, äh, haarige Freund da draußen was damit gibt. Ich habe da hier nämlich einen Bogen gefunden. Könnte sein. Guter Makeshift-Bogen, der quasi fast kaputt ist. Wie kann der Bogen kaputt gehen? Okay. Aber das Einzige, was am Bogen wirklich kaputt gehen kann, äh, ist, dass sich die Sehne abnutzt, ein bisschen. Da muss man die aber neu aufdrehen und dann geht's. Ja. Sind wir jetzt die Apartments, die haben Loote? Ja. Okay. Also, Loote ist gut. Ich durchsuch leere Schränke. Ja, geht mir genauso. Nee, ich habe eine Flasche gefunden. Empty Buddle. Verdammt. Zu welchem Sieg? Sieg, über die Bären. Wir haben doch schon gewonnen. Mit diesem Stock werde ich so viel Bären zerstöre, ja? Dass man mir zu Ehren diesen Stock umbenennte Bären töte. Er heißt dann nämlich Branch-Assed-Beer-Killer. Aber nur dieser eine Stock, ja? Und er gibt das als Bonuseffekt. 700.000% mehr Schaden an Bären. Ja, also man könnte wirklich meinen, das Spiel besteht aus Bären und nicht aus Zombies. Also, ich habe jetzt Indolenz... Oh, scheiße, tot. Was? Ja, ich bin irgendwie vom Dach geglitscht. Och, ist jetzt nicht dein Ernst. You died. Oh, Kopfzer. Ey, was kann ich so dafür, wenn er plötzlich vom Dach glitscht? Ey, weil du immer rumrenschst, die ist so fachig da. Das stimmt doch gar nicht. Oh, dammit. Wo ist denn deine Sache? Unten, ne? Ja, wo ungefähr. Auf der Straße. Never in einem Auto. Ich würde Bären töten. Ja, bitte. Ich hab sogar, glaube ich... Wäre ja nicht schon einer dabei. Never in einem Auto. Wow. Da gibt's so viele Autos. Das ist voll aussagekräftig. Ja, never in einem Van. Siehst du was? Ne. Ah, da liegt was in der Luft. Ja, so halber. Aber ich werd jetzt denk ich auch offline gehen. Was sehr schade ist. Ja. Ja, mein Hungergefühl ist arg groß. Dein was? Mein Hungergefühl. Das ist was. Es ist nichts mehr in meiner Nähe. Außer Flips. Ja, dann ess die Flips. Ich... Ich crunch hier schon ne bisschen an rum. Beziehungsweise ich hasse es eigentlich, Flips zu essen. Was ich saugern mit denen mache, ist die... Aussaugen. Okay. Sind wir noch im Livestream? Ja. 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 Okay. Ähm, Tom, wo bist du hin? Äh, in irgendeine Werkstatt. Ich hab mir mehr von der Werkstatt erhofft, aber die ist so total kaputtgebackt. Ja, die ist kaputtgebackt. Ähm, ich geh mal hier hinten hin. Da ist nämlich ein Auto. Siehst du mich? Ich glaube, ja. Da hab ich nämlich den letzten Parts geklaut. Verdammt. Da ist ein Turbo drinnen. Also hätten wir ne Batterie und Sparkplugs, könnten wir da losfahren. Tja, die sind leider in dem Auto gelandet, deswegen die er hops gegangen ist, Max. Weh. Alter. Ja, dann komm, bitte lass uns nochmal treffen, dann kriegst du einen Fall in den Kopf. Äh, nein, der Bärentöter kommt dann zum Einsatz. Weil ich mittlerweile so... Ich hab so viel Bäre dann wahrscheinlich schon, äh, getötet, dass ich... Ich zieh mir einfach den Bärenpelz über, ja? Und dann wird mir ganze Armee von Bären nachfolgen. Und damit gewinn ich das Spiel wirklich. Dann mach mal. Ich glaub, das mach ich jetzt wirklich. Ich renne ganz da einfach nur über die Map, ja? Such irgendwelche Bären, Aggroße, damit sie mir hinterher rennen. Und dann renne ich in irgendwelche vielbevölkerte Städte. Und dann locke ich mich schnell aus. Und dann geht's rund. Wie ein weder Hund. Ja. Ne, ich guck grad hier, was, äh, aufm, äh, Minecraft-Server abgeht. Kannst du uns eigentlich auch irgendwie Admin-Rechte oder so geben? Ich hab schon. Ne Tobe hat schon Admin-Rechte. Äh, Kölz hat auch Admin-Rechte. Christian, sein Haus ist wirklich... Warum bauen hier alle so riesige Häuser? Na, aber können. Du, du hast noch ein net enden Haus gebaut. Richtig. Deins ist ne Schlimmste, was überhaupt durchsteht. Deins ist einfach nur... Nur hutzlicher Klopf Cobblestone. Ey. Ich glaub's hackt. Ist voll modern. Hutzlicher... ...Block Cobblestone. Nope. Ach, wunderschön einfach nur. Wunderschön einfach nur.